Möchten Sie schon geöffnete bzw. bearbeitete Dateien sehr schnell aufrufen, hier im Beispiel unter dem Programm TextEdit, dann öffnen Sie das Kontextmenü des Programmes im Dock und wählen eine der zuletzt geöffneten Dateien einfach per Moosklick aus. Sie können sich auch zunächst die benutzten Objekte einblenden lassen. Dann sehen Sie diese etwas anders aufbereitet auf Ihrem Schreibtisch. Auch hier brauchen Sie dann nur die gewünschte Datei zum Öffnen anklicken.